Ja, ich muss nochmal über das Italien, den Italien-Crash reden sozusagen, über das Video. Ich bin total erschüttert, dass das passiert ist und normalerweise dürfte das auch gar nicht passieren, weil diese Reise hat dem Ehepaar ja 25.000 Euro gekostet, was aus der Schweiz kam. Gut, sie hatten das Geld, aber sie konnten, sie waren Fahranfänger. Sie haben vorher gar nicht in so einem Ferrari gesessen wahrscheinlich und sich diese Reise praktisch vom Mund abgespart. Also klar, wenn sie jetzt Geld hatten, dann war das ein Witz für sie, aber ganz ehrlich, man zahlt doch nicht 25.000 und muss dann so jämmerlich im Wagen verbrennen. Ich finde das eine Vollkatastrophe. Ich würde immer, und jetzt rate ich das, ich bin ein paar Mal Porsche gefahren, ich bin langsam Porsche gefahren, ich war auf Übungsplätzen und als ich Porsche gefahren bin, habe ich das, den Wagen, also das ist ja ein Rennwagen sozusagen, ist ja auch fast wie ein Ferrari, nicht vielleicht ganz so schnell, aber schon ein Sportwagen ist ein Porsche und ich habe den Porsche Boxster gefahren und ich muss wirklich sagen, also das ist eine andere Hausnummer. Da setzt sich nicht jeder rein und fährt mal so eben los, das Ding schießt nach vorne. Da habe ich auch gedacht, Mensch, da bist du aber schnell am Vordermann. Und das ist so eben das, also Leute schreiben bei mir unter dem Video, sie verstehen mein Video nicht, dann vielleicht mal zuhören und die Ohren putzen. Es geht darum, dass dieses Ehepaar in der Kolonne gefahren ist, vorne gefahren ist. Es gab keine anderen Leute, die vorne fuhren. Also erstmal jemand, der Fahranfänger ist in so einem Fahrzeug, der wird erstmal nicht irgendwo auf die Straße in Italien gelassen, sondern der fährt erstmal eine Runde. Das würde ich erstmal vorschlagen, weil sonst passiert sowas nämlich. Und es ist eine schreckliche Tragödie. Ich finde keine Worte dafür. Man hätte dieses Ehepaar vorher briefen sollen. Ja, Ferrari kennen Sie sicherlich, ist ein schnelles Fahrzeug. Sie haben da richtig viel PS unterm Hintern sozusagen. Und da fahren Sie nicht einfach mal so drauf los, ins Grüne oder ins Blaue, sondern wir weisen Sie jetzt erstmal drauf ein. Sie kriegen vielleicht noch eine extra kurze Einweisung oder eine etwas längere Einweisung vielleicht. Sie fahren ein paar Runden und wenn Ihnen das zusagt, dann treten Sie die Reise sicher an. Aber nicht einfach mal fahren lassen. Also das finde ich wirklich gut. Wenn es anders war, dann ist es einfach Pech. Dann ist es ein riesiger Unfall gewesen, ein scheiß Unfall gewesen. Okay, aber ganz ehrlich, also man kann nicht einfach jemanden Fahranfänger, wirklich. Also kann man nicht einfach im Ferrari lassen. Das ist so meine Meinung. Selbst ich würde jetzt trotz dessen, dass ich Porsche gefahren bin, würde trotzdem nochmal mit dem Ferrari ein paar Runden drehen, bevor ich da überhaupt irgendwo fahre. Und wenn, dann würde ich sicherlich nicht in der Kolonne fahren, sondern ganz suche und für mich alleine. Klar, es kann immer was passieren. Aber der Ferrari ist ja auch mit Highspeed nach vorne. Wollte dann wohl noch irgendwas überholen und ist dann mit dem Wohnmobil da zusammengekracht. Oder davor und dann ins Schleudern geraten. Ganz schrecklich. Cort.